Ich werde immer wieder mit den Argumenten konfrontiert, dass dieser Kurs nicht praxistauglich ist, beziehungsweise meine Antworten nicht praxistauglich sind. Du musst wissen, ich bin kein Therapeut. Ich bin ein Kurs-in-Wundern-Lehrer. Ich bin ein Lehrer Gottes. Und deshalb kann ich dir nur diese Antworten geben, die dich in die Freiheit führen, die dich unmittelbar erlösen. Unmittelbar bedeutet jetzt. Nicht erst morgen, wenn wir genügend gearbeitet haben, wenn wir genügend therapiert haben, wenn wir genügend deine Situation analysiert haben, sondern immer jetzt. Wann ist das jetzt? Wie lange dauert das jetzt? Und ich kann dir sagen, dieser Kurs ist das praxistauglichste Instrument, das ich überhaupt kenne. Ich habe genügend Dinge ausprobiert und für mich funktioniert dieser Kurs in Wundern wunderbar. So kann man sagen. Und wenn ich mein Umfeld betrachte, also diejenigen, die mich täglich oder fast täglich begleiten und sich in diesen Lektionen vertiefen, bei denen kann ich einen Geisteswandel beobachten, von anfänglicher Skepsis, von anfänglichem Widerstand, von anfänglicher Ablehnung oder, naja, mal schauen, bis hin zum völligen Erblühen in ihrem reinen Geist. Und das geschieht, so wie ich es beobachte, fast unmerklich. Plötzlich merkst du, dass die Anwendung der Lektionen, dass dies auf die Dauer und in der Konsequenz plötzlich zu etwas führt, was unbemerkt sich zeigt, du bist im Frieden. Das heißt nicht, du bist dauerhaft im Frieden. Davon wollen wir jetzt mal gar nicht ausgehen. Natürlich wird das Ego nicht ruhen. Natürlich wirst du hier mit zwei diametral entgegengesetzten Denksystemen konfrontiert. Das eine erzählt dir von der ewigen Gegenwart des Jetzt und das andere Denksystem erzählt dir von der Vergangenheit, die schlecht gelaufen ist und deshalb müssen wir auf die Zukunft aufpassen. Und so lernen wir durch dieses Klassenzimmer, durch dieses irdische Klassenzimmer, wo wir immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, dass nur dieser eine ewige Augenblick existiert. Im Kurs im Wundern heißt es dieser heilige Augenblick. Wie lange dauert ein Augenblick? Wie lange dauert das jetzt? Was wird wohl in den nächsten fünf Sekunden geschehen? Was ist mein nächster Gedanke? Siehst du, diese Fragen führen dich genau in dieses eine Jetzt. Und meistens verpassen wir es, weil wir uns von dem Denksystem der Vergangenheit und der Zukunft, das wir Ego nennen, ablenken lassen. Unsere Gewohnheitsenergie richtet sich aus auf ein Denken, das uns scheinbar Sicherheit gibt, das uns vertraut ist und über das wir uns definieren können. Sich über das Jetzt zu definieren, wird dir nicht gelingen. Im Jetzt wird deine Persönlichkeit aufgegeben. Sie wird nach und nach verschwinden. Und wer seine Persönlichkeit aufgibt, der ist nicht mehr an die Zeit gebunden. Gibt es Zeit wirklich? Sicherlich, es gibt die Kopfzeit. Und es gibt Termine und es gibt Dinge, die wir einhalten können und weil wir eine bestimmte Uhrzeit und ein bestimmtes Datum ausgemacht haben. Aber bist du diese Kopfzeit? Und es gibt eine Herzzeit. Diese Herzzeit währt ewig. Und du kannst den Unterschied finden, wenn du ganz in deinem Kopf bist und alles durchtaktest und planst und tust und dich an die Vergangenheit und Zukunft bindest, dann weißt du sehr genau, was Kopfzeit ist. Und wenn du dich in deinem Herzraum begegnest, so möchte ich sagen, wenn du dich ganz in deinem in deinem offenen Geist, in deinem offenen Herzen aufhältst, dann wird die Zeit, die du gemacht hast, verschwinden. Und der heilige Augenblick wird sich zeigen. Und so kannst du nochmals in deinen Herzraum und einen unendlichen Herzraum dich sinken lassen und dich erneut fragen, wie lange dauert ein Augenblick. Was stellst du fest? Er dauert ewig. der ewige, heilige Augenblick. Und natürlich, wie du schon weißt, widerspricht der Kurs unserer normalen Denkweise. Er sagt uns deutlich, Zeit ist eine Illusion. Sie fließt nicht wirklich von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft. Alles, was es gibt, ist das Jetzt. Vergangenheit und Zukunft existieren nicht, sondern nur in unserem Kopf, in unserer Kopfzeit. Und einer der Schlüssel zum Erreichen der Zeitlosigkeit liegt darin zu lernen, das Jetzt als die einzige Zeit zu erfahren, die es gibt. Und mir gelingt es sehr gut, wenn ich in mein geistiges Herz hineinsinke. Und dies ist eine Möglichkeit zu beschreiben, was der Kurs mit dem heiligen Augenblick meint. Und wenn du willst, kannst du dich im Kapitel 15 der heilige Augenblick die zwei Weisen, die Zeit zu verwenden. Wenn du möchtest, kannst du dich tiefer damit beschäftigen und es wird dir einige Antworten geben, wie du die Zeit verwenden kannst. Und wir werden wirklich aufgefordert, immer wieder zu üben. Wie lange währt dieser Augenblick? Und jedes Mal, wenn du das tust, bekommst du einen Geschmack, möchte man sagen, über die Zeitlosigkeit, in der du wahrhaftig existierst. Du existierst nicht in der Zeit, sondern in der Zeitlosigkeit. Und der einzige Methode, wie ich von meiner Vergangenheit errettet werden kann, ist im Jetzt. Stimmt's? Und ich meine, du kannst immer wieder gerne mal die Übung machen, an irgendeine grausige Vergangenheit erinnern, die anschauen und auf der anderen Seite kannst du dich fragen, wie lange wird dieser Augenblick? Was wird in den nächsten fünf Sekunden geschehen? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Was wird wohl der nächste Gedanke sein? Siehst du, wie leicht es ist, das Jetzt, dem Jetzt gewahr zu werden? Wir müssen dem nur gewahr werden, wir müssen es nicht erschaffen, das Jetzt ist immer da. Aber wir beschäftigen uns mit Dingen, die nicht wahr sind, und das ist die Vergangenheit. Ist das nicht verrückt? Ich meine, du kannst jetzt deutlich bemerken, während ich dir diese Fragen gestellt habe, dass dieser heilige Augenblick immer existiert, weil du dir dessen gewahr wirst. Und das Ego, und hier sieht man es deutlich, wie es arbeitet, lässt uns immer in der Identifikation oder Beschäftigung mit der Vergangenheit zu sein, diese rauscht an uns vorbei in eine düstere Zukunft. Nichts von dem ist wahr, was uns das Ego sagt. Deine Vergangenheit ist vorbei, sie kann dich nicht berühren, unmöglich. Und das bedeutet, wir werden aufgefordert, diesen Jetzt Zustand zu üben, diesen heiligen Augenblick zu üben. Und hier siehst du, wie praxistraglich dieser Kurs in Wundern ist. Denn in diesem einen heiligen Augenblick werden alle deine Konflikte geheilt. Und ich spreche hier von allem, denn sie können nicht mehr existieren. Und wenn du ihnen keine Nahrung mehr gibst, wenn du sie nicht ständig fütterst durch deine Gedanken, dann müssen die energetisch sich in deinem Geist heilen. Sie werden aufgelöst, sie bekommen keinen Sprit mehr. Wenn du dein Auto nicht mehr tankst, dann kann es nicht mehr fahren. Und wenn du deinen Ideen von Leben keine Nahrung mehr gibst, dann werden sie enden. Wenn du nicht ständig deine Gedanken anfütterst von Vergangenheit und Zukunft, dann können sie nicht mehr existieren. Also füttere deine Fehlschöpfungen nicht mehr an, sondern übe dich in diesem einen Augenblick des Jetzt. Und das kannst du immer wieder tun. Stündlich nimmst du dich zurück für ein paar Minuten und du fragst dich, wie lange währt dieser Augenblick und lässt dich ganz in diesen einen Augenblick hineinfallen. Und stimmt, so könntest du mit mir Stunden sitzen. Einfach nur diese Zeitlosigkeit genießen. Nichts mehr tun. Wie viel Kraft und Energie werden wir daraus schöpfen. Unsere Müdigkeit wird dahin schwinden und wir erblühen in Lebendigkeit. Und gerade jetzt ist die einzige Zeit, in der du diese Erfahrung haben kannst, von der Zeit erlöst zu sein. Und Vergebung, natürlich ist es Vergebung, lässt die Vergangenheit los und konzentriert sich auf diesen gegenwärtigen Segen. Stimmt es nicht, dass du dich genau jetzt in einem gegenwärtigen Segen befindest, der schon immer war. Kannst du bemerken, dass du dich jetzt in einem segensreichen Augenblick befindest? Du bist in diesen heiligen Augenblick eingetreten und so stellen wir uns auf Empfang dieser Heiligkeit, dieses Segens. Vergiss diesen einen Augenblick die Vergangenheit. Vergiss was vor fünf Sekunden war. Vergiss die Welt. Und ich möchte dich noch einmal erinnern, der Kurs rät uns und das nicht umsonst genau dieses zu praktizieren. Und zwar immer wieder. Und es wird eine Ruhe einkehren und ein Frieden einkehren, der jenseits dieser Welt ist. Wie herrlich ist doch dieser segensreiche heilige Augenblick. und sich jeden Morgen und jeden Abend an diesen segensreichen heiligen Augenblick zu erinnern, ist eine wunder, wunder, wunderbare Übung. Es erzeugt einen tiefen Frieden, wenn ich mich erkennen lasse, dass mich nichts aus der Vergangenheit erreichen kann, dass ich vollkommen frei bin von irgendwelchen Schuldgefühlen. Ich bin freigesprochen, ich muss mich selbst freisprechen im Üben dieses einen Momentes. und ich spreche auch meine Schwestern und Brüder frei, wenn ich mich in diesen heiligen Augenblick begebe, denn auch sie befinden sich jetzt darin. Denke mal an deine Schwestern und Brüder, die vielleicht irgendwelche Probleme haben und sage ihnen im Geiste, wir empfangen jetzt diesen segensreichen heiligen Augenblick gemeinsam. Geister sind verbunden, deine Gedanken erreichen jetzt deine Brüder und Schwestern und sie bemerken diesen segensreichen heiligen Augenblick, diesen geheilten Augenblick. Und so kannst du jeden mit einbeziehen, von dem du glaubst, er hat eine besonders schwere Situation oder macht gerade eine schwere Zeit durch. Versinke selbst in diesem zeitlosen Raum und lade jeden, der dir diesbezüglich einfällt, mit dir einen Augenblick darin zu verbringen. Du wirst nichts mehr anderes tun wollen, wenn du beginnst, dies zu praktizieren. Denn du spürst und erfährst die Heilung, die miteinander geschieht. Miteinander zusammen heilen danke. Hier heilen wir zusammen. und dann sind wir frei, dann sind wir gemeinsam frei von Schuld und Angst. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt nur das und diesem Augenblick ist die Liebe allgegenwärtig hier und jetzt. Fühle diese Liebe, die jetzt allgegenwärtig ist. Wie reich sind wir doch beschenkt, wenn wir unser Erbe antreten. Wir haben es vermieden, es zu fühlen und jetzt kann jeder Zuhörer und jeder der diese Lektion hier praktiziert dieses Erbe wieder annehmen. Jetzt. dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt. Ich habe mir die Zeit in einer solchen Weise vorgestellt, dass ich mein Ziel vereitle. Wenn ich beschließe, über die Zeit hinaus in die Zeitlosigkeit zu erreichen, muss ich meine Wahrnehmung dessen, wozu die Zeit dient, ändern. Der Zweck der Zeit kann nicht der sein, Vergangenheit und Zukunft als eins zu erhalten. Das einzige Intervall, in dem ich von der Zeit erlöst sein kann, ist jetzt. Denn in diesem Augenblick kommt die Vergebung, um mich zu befreien. Christi Geburt ist jetzt, ohne eine Vergangenheit oder Zukunft. Er ist gekommen, um der Welt seinen gegenwärtigen Segen zu geben und sie der Zeitlosigkeit und Liebe zurück zu erstatten. Und die Liebe ist allgegenwärtig, hier und jetzt. Und die Liebe ist allgegenwärtig, hier und jetzt. Wann willst du die Liebe finden? Wann willst du die Liebe erreichen? Außer hier und jetzt. Das sollte doch wohl offensichtlich sein. Und du kennst diese Augenblicke, wenn du vielleicht mit deinem Partner oder deinen Kindern irgendwo unterwegs bist und dieser zeitlose Raum sich öffnet und du einfach nur die Worte sprechen kannst, ich liebe dich, ich liebe alles, denn wir sind frei von Schuld und Angst. Jeder kennt diesen heiligen Augenblick und deshalb übe ihn getreulich. Gib dich dieser Übung hin und lade alle deine Schwestern und Brüder mit ein, sich mit dir in diesem heiligen segensreichen liebevollen Augenblick zu befinden. Du kannst das tun und hier wird der Christus in dir geboren und hier wirst du völlig frei. Wie lange währt dieser Augenblick? Das ist eine Frage, die du dir immer wieder stellen kannst. Übe ihn, übe ihn getreulich und der Weg nach Hause wird kurz sein. Alle Mühsal wird von dir abfallen und aller Schmerz dahinschmelzen. Alle Sorgen werden verschwinden und jede Angst um die Zukunft wird völlig bedeutungslos in deinem Geist. Übe dieses, übe dieses getreulich immer wieder. Dein Erbe, dein geistiges Erbe wartet auf dich. Nimm es an, lehne es nicht mehr ab. Vater, ich sage Dank für diesen Augenblick. Eben jetzt bin ich erlöst. Dieser Augenblick ist die Zeit, die du für die Befreiung deines Sohnes und für die Erlösung der Welt in ihm bestimmt hast. Sagen wir Dank unserem ewigen großen Geist, den wir Gott nennen. sagen wir Dank. Sagen wir Dank für diesen heiligen Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden. Fühle es. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Eingедь Wie Helik asz Wie 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 Wie